Die Geologie der Niederlande und von Flandern ist klar in zwei Teile zu gliedern. Die Quartären Sedimente an der Oberfläche, die die Landschaft und die Geomorphologie der Niederlande und von Flandern bestimmen. Das Studium darüber fällt unter die physische Geografie. Die festen Gesteine im tieferen Untergrund, die vor allem aus wirtschaftlichen Gründen wichtig sind. Sie werden von Geologen und Mutanwissenschaftlern studiert. Eine Folge dieser Situation ist, dass diese Aufteilung der Forschung nirgendwo auf der Welt so deutlich wird wie hier. Überblick Flandern und die Niederlande liegen im Norden der Adenen, dem Westteil des rheinischen Schiefergebirges. Sie bestehen an der Oberfläche genauso wie die ein großer Teil Dänemarks und Norddeutschlands aus unkonsolidierten, sehr jungen Sedimenten. Durch die Nähe des niedrig gelegenen Teils des europäischen Kontinents, dem Becken der Nordsee, ragen die Niederlande und Flandern selten viel höher als 30 Meter über den Meeresspiegel hinaus. Die Flüsse, die heute in die Nordsee münden, so der Rhein mit seinen Seitnamen, die Mars, die Schelde, die Ems und andere kleinere Flüsse, haben für die Zufuhr einer großen Menge an Sediment gesorgt, die zur Bildung eines großen Deltas des Rhein-Mars-Deltas geführt hat. Als Folge davon kommen feste Gesteine selten an die Oberfläche. Auf mehr als 80 Prozent der Niederlande treten Sedimente zutage, die weniger als eine Million Jahre alt sind. Damit gleicht die geologische Situation derjenigen, die in vielen geologisch-jungen Senkungsgebieten anzutreffen ist. Und ältere Gesteine liegen fast überall im tieferen Untergrund verborgen, oberflächennahe Ablagerungen. Quartere Sedimente werden in den Niederlanden meistens Erdarten oder Bodenarten genannt. Welches Sediment im Boden vorkommt, bestimmt in hohem Maße die heutige Parzellierung und Bodennutzung und damit die Landschaft. An Teilabschnitten der großen Flüssen der Niederlande und an einigen Stellen im äußersten Osten des Landes kommen Sedimente an die Oberfläche. Die älter sind als der vorletzte Eisvorstoß, das Saale-Glazial. Im Westen und in der Mitte der Niederlande kommen diese präglatialen Kiese und Sande nur an die Oberfläche, wenn sie durch die Treibwirkung der Gletscher in den sogenannten Eisrandlagen hochgestaut werden. Beispiele für große Eisrandlagen sind der Utrechter Hügelrücken, der Velüwe und der saarländische Hügelrücken. Entlang der Außenseiten der Eisrandlagen wurde durch die Gletscher Geschiebelehm zurückgelassen. Im letzten Abschnitt der Eiszeit, dem Weichsel-Glazial, war ebenso wie in den früheren Glazialen ein großer Teil des Meerwassers als Eis in den Eisschilden abgelagert. Die Gebiete auf höheren Breitengraden wie Skandinavien vollständig bedeckten. Im Gegensatz zum Saale-Glazial kam der Eisschalt nicht bis in die Niederlande. Allerdings lag ein großer Teil der Nordsee durch das Absinken des Meeresspiegels trocken. In dem trocken gefallenen Gebiet herrschte das Klima einer Polarwüste, wo der Wind freien Lauf hatte. In den Regionen im Süden der heutigen Nordsee wurde durch den Windsand abgesetzt, der sogenannte Decksand. Je weiter man nach Süden kommt, desto kleiner werden die vom Wind mitgenommenen Körner, sodass der Decksand nach Süden hin immer feiner wird. Ungefähr im Süden der Linie Röhmen-Antwerpen geht der Decksand in Löss über ein Bodentyp, der aus gut sortierten, feinen Körnern besteht. Eolische Sedimente wie Decksand und Löss haben die Eigenschaft, das Relief der Landschaft durch allmähliche Überdeckung von Geländefertigungen und Gefälleknicken auszugleichen. Darum liegt der Decksand in den Nordniederlanden keilförmig gegen die Eisrandlagen an. In den Landstrichen entlang der Küste bestehen die Oberflächenbodenschichten vor allem aus Toneablagerungen. Im Westen der Niederlande werden die Tone durch Niedermore abgelöst. Beide wurden abgelagert, nachdem sich die Gletscher zurückgezogen und der Meeresspiegel zu steigen begonnen hatte. Dies geschah in zwei großen Zyklen. Im ersten Zyklus nach der Eiszeit, dem Boreal, wurden durch das Auftauen des Permafrosts im Bodensumpfmarschlande geformt. Entlang der durch das abfließende Meerwasser gebildeten neuen Küstenlinie formte sich ein dünnen Streifen, hinter dem ein Sumpfgebiet lag. In dieser Zeit entstanden vor allem Moor, die in ihrer Gesamtheit das Basismoor genannt werden. Danach folgte eine Periode schnellen Meeresspiegelanstiegs und wärmeren Climents. Diese Periode wird Atlantikum genannt. Das Meer überspülte einen großen Teil der Niederlande, der Sumpf machte einen Binnenmeer mit Lagunen Platz, in dem Tone abgesetzt wurden. Diese Tone werden alter blauer Ton genannt. An vielen Stellen wurde das Basismoor durch Welleneinwirkung weggerissen, sodass es sich nicht mehr überall im Untergrund befindet. Auf das Atlantikum folgte die weniger warme Periode des Saboreals, in der sich das Meer etwas zurückzog. Die Lagunen wuchsen wieder zu Sümpfen zusammen, in denen eine neue Moorschicht abgelagert wurde. Diese Ablagerungen, das sogenannte Hollandveen, kommen in einigen Gebieten in den Nord- und Südholland und in der Provinzutrecht an die Oberfläche. An vielen Stellen wurden sie abgegraben, um als Brennstoff genutzt zu werden. Dadurch sind Seen entstanden. Auf das Saboreal folgte das Superatlantikum, in dem der Meeresspiegel wieder anstieg. An einigen Stellen brach das Wasser durch die Dünenreihe und formte eine Lagune oder ein Binnenmeer. Ein Beispiel dafür ist das Flevenmeer, das ungefähr an der Stelle des heutigen Flevoland lag. In den Küstenregionen hinter den Dünen wurde wieder Ton abgelagert, der sogenannte Junge Seton. An den Ufern formten sich in derselben Zeit die höheren Jungen Dünen. Fluss- oder Auenlehm wurde während des gesamten Quartiers dort abgelagert, wo Flüsse flossen. In den Kaltzeiten führten die Flüsse mehr Wasser als in den Warmzeiten und bildeten verflochtene Läufe aus. In den Warmzeiten, wie dem heutigen Holozin, kommen mehr antrierende Flüsse vor. Die Wassermenge der Flüsse ist in den Eiszeiten höher gewesen. Im Laufe der Zeit haben der Rhein, die Isel, die Schelde und die Mars ihre Unterläufe in der holländischen Küstenebene mehrmals verlegt. Darum ist im Untergrund auch an einigen Stellen Flusslehm zu finden, wo heute kein Fluss fließt. Gleichzeitig verblieb ein Netzwerk von alten Stromrücken im Untergrund des Flussgebiets. Vor dem Saale-Glazialfluss zum Beispiel der Rhein von dort in Richtung Norden, wo heute Arnheim liegt, anstatt wie heute nach Westen. Durch die Ausbildung der Eisrandlage des Wehllüwe hat sich der Flusslauf später verschoben. Etwas weiter südlich liegen die Flüsse in einer festeren Position in einem Tal, wie die Mars in Limburg. Hier kommt Flusslehm nur in einem Streifen entlang des Flusses vor. Auf den hochgelegenen Eisrandlagen bildeten sich Hochmoore. Diese bedecken dort eine große Fläche, in den übrigen Niederlanden ist das Niedermoor weiter verbreitet. Das Hochmoor ist allerdings nicht auf Eisrandlagen begrenzt, es kann sich auch auf anderen hörgelegenen, wenig durchlässigen Böden bilden. Wie etwa im Hohen Wend, Gesteine im tieferen Untergrund. Die Gesteine im niederländischen, nordbelgischen und norddeutschen Untergrund sind in großen Zügen mit denen an anderen Stellen in Westeuropa vergleichbar. Einige der hier aufgeführten und nur aus dem Untergrund bekannten Gesteine kommen in den Adennen an der Oberfläche vor. Der Sockel wird durch frühpaleozoische Gesteine gebildet, die älter sind als die varistische Gebirgsbildung. Diese befinden sich meistens in einigen Kilometern Tiefe. Im Süden der Niederlande und in Flandern steigen sie im sogenannten Brabantamassiv an die Oberfläche, sodass sie in einigen Tälern Nordbelgiens aufgeschlossen sind. Gesteine aus dem Karbon kommen nur an ein paar Stellen im äußersten Südosten von Limburg an die Oberfläche. Sie haben sich an den Rändern des Varistischen Gebirges in seichten Küstensümpfen abgelagert. Aus den dort wachsenden Pflanzen bildete sich nach ihrem Absterben und der Überdeckung durch Sand und Schluff zunächst Braunkohle und später Steinkohle. Die bis in die 1970er Jahre die Grundlage für den Bergbau in Südlimburg war, im Süden der heutigen Nordsee war im Perm ein flaches Binnenmeer. Dieses wurde im Rotliegend und Bunt Sandstein mit Abbauprodukten des Varistischen Gebirges, Sandsteinen und Konglomeraten von Süden her gefüllt. Im Süden der Niederlande und in Belgien fehlen sie ganz. Zum Norden hin, wo das Meer am tiefsten war, sind diese Schichten dicker. Sie dienen als Reservoirgesteine, in denen sich Erdöl und Erdgas aus dem darunter liegenden Karbon sammeln konnten. Auf diesen porösen Gesteinsschichten wurden undurchlässige Schichten abgelagert. So durch den Rückzug des Meeres in Zechstein und Kuiper-Evaporite sowie Kalkstein im Jura. Diese Gesteine haben dafür gesorgt. Das an vielen Stellen im niederländischen Untergrund Erdöl und Erdgas nicht entweichen konnte und jetzt wirtschaftlich verwertbar ist. Das Salz aus dem Zechstein und Kuiper hat unter Norddeutschland, der Nordsee und den Niederlanden, wo diese Schichten am mächtigsten waren, enorme Diapier gebildet, während des Jura und der Kreide war das Gebirge im Süden nahezu komplett erodiert. Sowohl die Niederlande als auch Belgien wurden von einem seichten Meer bedeckt. Vor allem am Ende der Kreide wurden hier dicke Kalksteinschichten abgelagert. Diese kommen am Rand der Adennen an die Oberfläche, zum Beispiel bei Maastricht, wo der Kalk in den großen Steinbrüchen der ENCI Holding abgebaut wird. Die gut aufgeschlossenen und fossilreichen Kalksteine um Maastricht gaben dem Maastrichtium der obersten Stufe der Kreide ihren Namen. In Limburg wird der Kreidekalkmergel genannt, obwohl er wenig Ton und Sild enthält. An einigen Stellen ist in Kreidegesteinen trockenes Erdgas entstanden, das durch Kalkstein bedeckt wurde und abbaubar ist. Sedimente aus dem Tertiär treten an einigen Stellen im Süden der großen Flüsse zutage. Dabei wechseln sich Sande und Tone ab. An den meisten Stellen wurden diese tertiären Sedimente mit Decksand oder Lös bedeckt. Die tertiären Sedimente überlagern heute die Kreideschichten am Nordrand des Brabantamassiv und sinken nach Norden unter die Quartiersedimente. Zentral Niederlands Reste von tertiären Ablagerungen auf dem Hohen Wend zeigen, dass die Tertiärablagerungen früher weiter nach Süden reichten als heute. Im äußersten Osten der Niederlande kommen diese Sedimente an isolierten Stellen in Tuente und in der Achterhög ebenfalls an die Oberfläche.